Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde des Spieles DEV. Du machst es so schön! Ja genau, das macht richtig, richtig Fun, dieses DEV. Oh, ich hab ein bisschen hier. Verzeihung. Okay, gut. Dann starten wir. Legen wir direkt los. Machen wir. Megalodon Jagd. Jetzt aber richtig. Krude. Wieder die Krude. Ach, ich bin so durch den ganzen Tag gearbeitet und damit meine ich nicht mal hier eben so acht Stunden. Nein, heute von halb sieben, also gestern mittlerweile schon, von halb sieben bis halb acht, glaube ich, war das. Dann direkt nach Hause. Wer war das? Sonnel hier, Ander, der Schauer, ein Undertaker. So, ähm, ja. Danach mit den beiden Herren hier, Gottenel und Hellfire, direkt vor dem Computer gesessen. So. Äh, würdest du mal auf bereit klicken? Ja. Würdest du das mal machen? Habe ich ja. Ja, erst jetzt. Ja, erst, ja. Ach, die beiden spawnen natürlich wieder direkt vor der Tür, da hab ich natürlich kein Brot mehr hinzukommen. Ne, fasst du nicht. Ich brech jetzt ein. Seht ihr den Tintenfisch? Kann man den Tintenfisch töten? Kann man den töten? Welchen Tintenfisch? Ja, ich seh auch keinen. Ich seh doch keinen. Ich bin an ihm vorbeigeschwoben. Verdammt, ja, wo ist der Hai? Typisch, Nemesis brecht einfach mal vor. Ah, verdammt. Äh, ne, dieser miese kleine Sesselpupser. Und weg mit dir. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Was? Ja, ham, ham, du, solange du noch ham, ham kannst. Willst du ihn ham machen? Oh. Ich glaub, es wird Zeit für mich hier jetzt mal ein bisschen. Oh, jetzt hier schlöpfen. Wie wär's mal mit, äh. Komm schon. Wie wär's mal mit, ja, gutes Gameplay, äh, Gameplay, äh. Zeigen. Was wolltest du uns jetzt sagen? Ja. Zeig mal gutes Gameplay, Mister. Mach ich ja. Ich versuch zu überleben. Ja. Oh, da hat er einer Schwein, da hat er einer Schwein. Das ist Können. Das war nicht ich. Das war nicht ich, der Schwein. Das ist Können. Oh, mir schmerzen die Hände. Ich bin Konsolenkind. Ich kann nicht so lange mit Maus und Tastatur spielen. Ich verkrampf mich immer. Total. Aber sowas von total. Gewöhnungssache. Ich geb dir gleich Gewöhnung. Ja genau, Gewöhnung. Wo seid ihr? Ja. Juhu. Au. 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 Komm, hol mich. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Warum? Warum? Weil du eine Pussy bist, weil du eine Pussy bist. Oh nein. Klar, und meine Videos werden dann natürlich wieder von hier, ja? Ihr wisst schon. Seid echt so eine Pussy. Ja, mein Bett. Nein. Nein, nein, nein. Dominanz. Wolltest du was sagen, du Penner? Ja, eigentlich schon, ne? Nein. Was war denn los, kleiner Nebel? Das ist hier. Ich muss mal ein bisschen gerade hinsetzen. Es geht ja gar nicht, was ich hier gerade ablieferde. Welch ein Scheiß, welch ein Scheiß. Da muss ich ja mal Knöpfe finden. Nein, das ist jetzt. So, hier. Glück gehabt. Glück gehabt. Das nennt man Glück. Das nennt man Können. 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 So. Dann hier. So. Jetzt. Jetzt. Hier. Wo ist er? Kleiner Fischi-Fischi. Oh, was hat er dich geheilt? Ja, muss er. Ja, weil ich ihn schon so sehr tapeziert habe. Tapeziert? Nee, tapeziert wie ne scheiß Zimmerwand. Nein, und ich schwimme ihm ins Maul. Da sind wir vorteilhaft. Ja, hol dich ums Maul streichen. Psssss. Psssss. Nehmen sie sein Snorchel Zeichen. Psssss. 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 also die runde ist gar nicht meins heute nein also hier gar nicht gar gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht ich muss wahrscheinlich erst mal hier ein bisschen bisschen genau den hier und dann noch den hier und jetzt sonst noch etwas gehabt ja sieht schon besser aus wo sind es gar nicht wahr habs und schweißt nein nein dann helfen wir wieder ja ich wieder verdammt ja nevi hallo wohl bekommst ja aber wirklich ja so hier sonst eigentlich einiges an ja also sieht doch schon besser aus kommt hier kommt schön hin aber es immer noch zu wenig zu wenig mein kennig verdammt ich kratze den immer an und ihn und geht jetzt hin und macht ihr und dann hat er gewonnen fast fast nein es hat ich ja hellfire 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 hollande neben dem der nun es wird auch geschissen nur hier ihr ihr macht die nur nächstes Spiel nächstes Spiel die Fallstätten wieder so eingestellt ok und was wird so kannst du eigentlich die Maps auch per Zufall nee ich könnte ich könnte ich könnte sie einige Maps abwählen dann würde die nicht mehr kommen aber ich denke mal ich lasse jetzt einfach mal alle Maps ja aber ich meine kannst du auf Zufallsmap also dass irgendeine kommt oder wälschst du sie immer selbst nee das sind Zufallsmaps ok das sind Zufallsmaps das ist ein Mück ich hätte sie beinahe erwischt okay ich glaube Enel hat einen Schlaganfall er gibt ganz komische Töne von sich er macht jetzt einen ab Steven Hawkins wollen wir die Jungs schon wieder losbrechen hier nein nein und und nein ja hallo liebes Futter ne Futter Futter wie bei Mutter nechwa muam yum 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 wie gesagt Enel hat wahrscheinlich einen Schlaganfall lecker ja ja ich der nächste bitte du wärmst den Hai auf und ich ich mach dich dann fertig und nimm es jetzt auf und dann ja du weißt vorhin ne nein 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 kacke ich konnte noch nicht mal richtig Gold sammeln hier kam Enel schon angeprescht boah es ist schweinebarm es ist schweinebarm ja sagt nichts nichts perfekt ah das ist gar nicht wahr du konntest mich gar nicht erwischen in dem Winkel nur die Harten kommen in den Garten und ich bin der Härteste Gold 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 ne von hinten ja ich mag es von hinten ja ich bin ich bin lass mich ich bin hier Gold am einsammeln du Benner ja damit du besser bekämpfen kannst ne danke ja genau hast du ein Problem mit hm schon wieder hier hier war doch noch mehr Gold ja hier bei mir Oh, ganz knapp, ganz knapp. Nächstes Mal habe ich dich. Nächstes Mal gibt. Ja! Ach! Oh nein! Nein! Ja, ja, ich bin, ich bin, oh, ich bin auch mal, oh. Geht's dir gut, mein Freund? Aua, aua, nein! Nächstes! Nein! Aua, aua, nein! Aua, aua, nein! Aua! Oh man! Aua, nein! Aua! Aua, nein! Immer wieder sonntags kommt der Nemesis. Nem, ne, 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 ne! Sies! verdammt die robben sind ziemlich flink was knirscht bei dir so ich wenn ich fress ja ihr müsst gar nicht meinen ihr penners Penas Scheiß Robbe, Scheiß Robbe Robbipi, komm zu mir Ich hab Robbe Ja, jetzt hab ich den Sniper Sehr schön Oh, 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 oh Was geht mit euch schief? Das ist das Sniper hier Verdammt, hau ab, hau ab Nein, hau ab Oh, fuck, alter Die Wumme ist ja auch nicht von schlechten Eltern Ja, das ist das Sniper hier Ich weiß, das sagtest du schon Ja Die macht ganz schön Damage Ganz schön viel Gold suchen Der Nervis ist schon noch fast wieder verheilt Ja, Friis Das Schön für dich Boah, Glück gehabt Warum? Hättest du uns Bein erwischt? Ja Oh, scheiß Arminum zu halten Oh, oh, oh Ist du durch die Tür gekommen? Ja Tja, da musst du nur die Band einreißen Deinem System macht das noch recht gut, ne? Ja, ja, ja Oh, nein Nein, nein, nein 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 Hört auf zu schießen Das bin nur ich Nee Ich schieße auch Aber die ultimative Waffe Was hast du denn? Die, die Explosionspfeile verschießt Ah, okay, nice Also Man kann kein Also Nach dieser Waffe kommt nichts mehr Ja 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 Fette Sache Wow Nein, 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 nein Ja Hoppipi, hoppipi Ich brauche ein kleines hoppipi Okay Nein, nicht daneben Nein Das brauchst du nicht mehr Nice Jetzt bin ich es wieder Verdammt Und der Enner ist auch gleich wieder Nein, 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 nein Doch, 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 doch So oft, wie du mich jetzt gemacht hast Nein, 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 nein Hoppipi Hoppip 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 Ich darf es mich erst, wenn du auch verpisst bist Ja Wow, die Wumme schlägt ja rein Windix Ja Scheiße Bin ich schon fast tot? Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir gegangen ist, ne? So So, Enner, ciao Ja 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 Rockpipi Sei dir gemein Das kann ich auch Ja Schön, ne? Sehr Merkst du, wie ich mich freu? Nein, der Scheiß, was ist das denn? Dass er eh nur gesagt hat Das Explosionspfeile-Dingsbums Nein, 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 nicht das Ich rede hier Ja, schön, schön, geil Schön, gibt's gar keinen Punktgestand hier Doch Kommt, Leute, eine Runde reicht noch Eine Runde reicht noch Direkt rein, direkt rein, hier Okay, los, los, los Willst du Megadolon? Nein, Blut und Gold Gut Dann werdet ihr sowas von sterben Das kommt darauf an Außer du bist der Taucher Dann wirst du sowas von sterben Nein, du wirst sterben Vielleicht sind wir beide Taucher Vielleicht Dann wird er sterben Oder Stevie Genau Die Kleider Kleider hier Wo ist meine Marissa? Ich will die Marissa Die Marissa Oh So Wollte gerade sagen Ja, ja, ich muss nur schnell die Waffe auswählen Alter Schwede Ach nee Oh nee, Leute, echt jetzt? Ja 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 klar Und da geht wieder auf mich los der Penner. Dieses gelbäugig, grünäugige, komische Hammerkopfgedönsdingens. Sag mal, wo ist Enel hin? Ich bin da. Hast du gehört? Es ist da. Da und doch nicht wirklich. Ich blubber hier lockerflockig vor mich hin. Oh, 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 hier Schatz, Schatz, Schatz. Nein, 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 nein. Ich habe 6 von 20. Ich habe 0. Bei mir musst du nicht kommen. Ich habe 0. Enel, ich warne dich. Ich warne dich. So was von warnen tue ich dich. Alter, ich warne dich so was. Ich fange gleich mit deiner Mutter Scherz an, ja? Lass mich in Ruhe. Noch immer nicht mich. Der ist beim Brot. Der kennt beim Brot. Ich würde mich nämlich interessieren, wie viel Gold es gibt auf einen Schlag, wenn du 20 hast. 200. Nein, oder? Keine Ahnung. Hey, ich bin an der Oberfläche. Ja, als Hype bist du die ganze Zeit an der Oberfläche. Zum Beispiel so. Oh, wenn ich jetzt all mein Gold verloren habe. Alter, echt. Das bedeutet Krieg. Gold. Das gibt Krieg. Alter, hier jetzt. Fertig, ja? Hier gibt es aber richtig. Ich habe all mein Gold verloren. Ähnel, das bezahlst du. Dafür wirst du büßen, mein kleiner Freund. Das glaubst du auch nur, du. Gleich zeig ich dem kleinen Hai die große Welt. Oh, ist an mir vorbei. Ja, und nimmt mich. Was denn? Er hat mich gefläst und keine Ahnung, wo ist es. Was ist das für ein Elend, das Sesselpupser. Wo? Ah, da ist Steve. Ah, verdammt. Ah, da ist Enel. Genau. Warte. Stevie, Wanda, warte für mich, bitte. Don't go alone. Das habe ich gewusst, das habe ich gewusst. Zum Glück habe ich meine Schätze noch direkt abge- hier. Ich hoffe zum Glück nichts. Na, verdammt. So, hier. Ordnungsgeschosse. Rein. Ihr glaubt, ihr könnt gegen mir bestehen? Ja, warum? Dann sagt Gute Nacht. Jetzt mal, wenn ich ein bisschen Scherzer gesammelt habe, kommt Enel hier angeschwanzelt, ja, mit seiner Schwanzflosse. Das klang jetzt nicht ganz so, wie es klingen hätte sollen. Aber ich habe ja noch mitgenommen. Das war's wert. Ich gratuliere. Was war das? Das war ein Pferd? Genau. Doch die Wand! Ich sitz nur in der Ecke. Ich sitz nur in der Ecke und bin tot. Alter. Doch die Wand ran! Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Hilf mir. Ich bin... Ja, ich bin ja da. Ich bin ja da. Da, da, da. Ich sehe. Das ist ja schon tot. Ja, der nicht. Ja und schon wieder ich. Nee. Glaube ich nicht. Wo ist er hin? Das Spiel hier, Deathly, macht Riesenspaß, wenn man nur nicht die ganze Zeit sterben würde. Ja. Nein, nein, ich hab drei, ich hab drei mal, einmal. Nein! Was haben wir da? Death by Daylight stink ich ab gegen Enel. Hier, Deathly stink ich ab gegen Enel. Aber gibt es auch mal ein Spiel? Nein, Barbies Traumhaus. Ich hau doch gleich einen von Abulatts mit Barbies Traumhaus. Also Krohn hat das gespielt und er hat haushoch gewonnen gegen die NPCs, vielleicht schaust du es auch. Oh, nee. Uh. Habe ich dich erwischt? Nein, habe ich nicht. Nein. Habe ich dich erwischt? Samba. Ah. Ah. Ine. Lebst du noch? Ja, der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch und gilt schön vorsichtig. Dominanz. Spielverderber. Okay. Das ist gut. Und. Ja, das muss ich auch. Uh. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe den Herzschlag noch gehört. Oh. Oh. Ja, ja, wenn ich auf den Herzschlag nicht... So, hier. Einen mitten in die Fresse rein. Äh. Habe ich den anderen mitgenommen? Nein. Ne. Auch nicht. Ich schauke dich mit mir auf. Du kagge kannst mich mal. Hm. Haben wir ja noch so eine große Klappe, solange du noch kannst. Mach ich. Nein. Es hat sich ausgeklappt. Oh, Hellfire, 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 Hellfire. Ja, ja. Zum einen unsere Leben, zum anderen... Stevie. Genau. Nee, doch, 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 doch. Oh. Alter, nein. Alter, nein. Oh, Steve ist gleich kaputt. Nein. Neeein! Doch. War's doch. Oh nein. Ich gehe nicht reparieren, ich. Gut, er kommt. Ist mir egal. Mach so lange, ich kann. So Ich heil da mal weiter Mach das, ich komm auch Nein Pat, eine vollautomatische Schießanlage Ja, warum? Problem damit? Nö, ich finde es witzig Ich auch Geil Was denn? Goldada, Goldada Da tut bestimmt Schweine weh, aber ist voll cool Nein, nein Nein, nein Jedes Mal, wenn ich ein paar Schätze habe Was bist du für ein blöder Hund Und ja, ich habe mich jetzt zusammengerissen und Hund gesagt Ja Er hat Hund gesagt Ich hätte noch viel mehr sagen können Schlimmerer Sachen hätte ich sagen können Aber nein, ich sage Hund Und gewonnen Keine Chance Keine Chance Ich weiß, warum ich heil nicht mag Weil du keine Chance hast Nein, Steve ist kaputt Ja Und Tod 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 dem Toten Tod dem Toten Ja, der ist ja schon tot Ja, jetzt ja Helfer, er lebt noch Ja, ich lebe noch Was musst du jetzt? Zum Schiff zurück? Ah, zum Käfig Zum Käfig wahrscheinlich Nee Doch, ich denke mal schon Alter, von dort Komisch Ich habe dort gespawnt Dass ich das Gold zusammen Scheiße Nein Und happy, happy, happy Und der Sieger Auf ganzer Linie Nein 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 Nicht ganz, ne Ich habe auch noch zwei Also, sagen wir es mal so Wenn ihr eure Punkte zusammenzählt Seid ihr Trotzdem weniger Punkte als ihr Die letzten fünf Minuten Schneiden wir dann aus Ne Ich denke auch, ja Ja, definitiv Also, liebe Leute Ich würde sagen, das war es für diese Oh, Schauskoper freigeschaltet Scooter Scooter Scooper Scoop Also Ich würde sagen, das war es für diese Folge Bis zum nächsten Mal, Leute Ciao Auch von mir ein fröhliches, herzliches Habi Habi Und auch von mir Alles Gute Bis zum nächsten Mal Ciao